So, hallo ihr Lieben, ich bin's, eure Sandy. Ja, es gibt was Neues. Es gibt Vogelzucht in G&S. Das ist anscheinend jetzt nicht so wirklich neu, aber ich habe es jetzt erst entdeckt. Und wenn ich was entdecke, was Neues in SL und mich für mich selber interessiert, mache ich ein YouTube-Video drüber, was ich jetzt natürlich tue. So, ihr braucht, ihr bekommt dazu, einmal müsst ihr dieses Kombi kaufen. Ihr braucht dazu, was ihr dazu braucht, erzähle ich euch gleich. Und ihr bekommt dann, also den Tisch bekommt ihr, ihr bekommt so ein Vogelhäuschen und ihr müsst dann noch zusätzlich diesen Lamarabaum kaufen. Und wie hier abgebildet ist, müsst ihr, äh, müsst ihr, ähm, na, müsst ihr, äh, Getreide noch hinzufügen. Ja, ähm, hier gibt's noch die, den Baum habe ich hier stehen. Ich schwenke mal mit der Kamera rum. Den Baum habe ich hier bei mir stehen. Ähm, ähm, da, wie, wie der, wie der jetzt richtig noch funktioniert, ob der im Inventar kaputt geht oder nicht. Der braucht ein bisschen, bis er, bis er wachsen tut und so weiter und so fort. Also, ich würde euch empfehlen, wenn ihr umziehen tut, tut, äh, diesen Baum, weil er neu ist, äh, gleich umsetzen. Weil, äh, ich mag mal zu behaupten, innerhalb von einer Stunde oder zwei Stunden im Inventar ist der eventuell kaputt. Ja, da gebe ich jetzt keine Garantie drauf. Ich gebe auch keine Garantie drauf, wenn ihr die Vögel nicht mehr machen wollt oder weitermachen wollt, ob die im Inventar kaputt gehen. Ähm, das ist alles noch, was ich noch ein bisschen erforschen muss und so weiter und so fort. Ähm, wie gesagt, sollte sich da irgendwas umändern in der Art und ich soll's rausgekriegt haben, ähm, tue ich natürlich euch, äh, unter dem Video berichten. Aber ich gehe mal davon stark aus, dass es eventuell nicht der Fall ist, weil, ähm, man kann sich ja zur Not auf den vielen G&S Märkten wieder kaufen. So, ihr habt den Tisch. Ich mach mal den Tisch auf. Ihr braucht dafür Quain und ihr braucht dafür Luma. Ähm, und ihr braucht für, für, das ist für, 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 äh, für Food herzustellen, ne, also für die Tiere, für das Food, braucht ihr, müsst ihr den Tisch einladen. Hier hinten, seht ihr, ist 10, ne, das ist maximal 19 noch drin. Also, ich könnte jetzt hier, äh, wo ist es, ähm, nein, das ist es nicht. Ähm, ja, ähm, machen wir mal hier. Äh, würde ich jetzt Food machen, ne, dann steht hier so ein Datum, 28 Tage, tut das dann auslaufen und die Medizin. So, dann braucht ihr noch Asche, Wasser ist klar, Asche. Asche bekommt ihr von, Moment, ich muss es aufrufen. Asche müsst ihr in, ähm, in, ähm, na, in der Schmiede machen. Ihr braucht dafür Skin und ihr braucht dafür, ähm, ja, also ein Skin und ihr braucht dafür diesen, dieses, ähm, dieses Öl hier, dieses, ähm, ähm, Teilenöl, ne. Wie der, wie der das bekommt, erzähle ich euch auch gleich. Ich habe nämlich hier mal, äh, ich habe hier mal, äh, ein Dino von mir. Der ist 24 Tage alt, der kommt jetzt weg. Äh, 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 äh. Ist das noch einer oder ist das... Nein, das ist zum Verpacken. Ich glaube, ich habe gar keine mehr. Ach doch, da sind sie. Da sind sie. Also, wir nehmen hier... Wir nehmen hier einen Krug raus. Und... Nach oben schieben, nach oben schieben, nach oben schieben. Ne, diesen... Diesen Krug. Wie ihr den macht, habe ich euch auch schon in einem YouTube-Video erzählt. Mal bitte durchgucken, wie ihr die Krüge macht. Die Krüge kann man natürlich nicht nur für Thajalienöl verwenden. Den kann man auch für Marmelade, für Milch und für Honig... Für Honig einlagern und auch für, äh, Creme und auch für Butter. Ne, also der ist, der ist, ihr tötet das Tier. Und dann heißt, ihr gebt Öl. Und dann tut das hier reinladen. Ne, ihr seht, 10 von 10. Und... Dann habt ihr dieses Öl. Und dieses Öl und einmal hier den Skin. Ähm... Hoffe ich, sage ich es jetzt richtig. Er gibt die Asche in der Schmiede. Und es wird im Laufe der Zeit... Bis jetzt ist es noch nicht, aber es gibt eventuell bestimmte Events. Ihr habt ja eben schon gesehen, hier, ähm, auf Registrieren. Und da geht eine Webseite auf. Ne, und, ähm, da kann man sich nicht registrieren, weil momentan kein Event dafür stattfindet. Man kann sich sogar mit, äh, mit den Vögeln, äh, kann man sich eventuell auch zu einem Event, äh, 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 anmelden. Und da wird man dann eventuell Coins oder sonst sowas, äh, gewinnen. Ne, das kommen dann eher, diese ganzen Dinger, kommen meistens dann immer so ein bisschen durch den, durch den Schwarzmarkt. Ne, der gibt es ja auch in SL. Äh, äh, wird das dann rausgepatcht, wie auch immer. Ne, den Schwarzmarkt weiß ich noch nicht so wirklich, wie er funktioniert. Und ganz ehrlich, der interessiert mich auch nicht so wirklich. Und, ähm, deshalb mache ich da auch nicht großartig ein YouTube-Video von. Ähm, also, ne, ich hoffe, es hat euch soweit gefallen, die Erklärung von dem... Ähm, die Vögel sind los, lol, ähm, bei G&S. Und, ähm, ja. Also, von daher, bis dann, eure Sandy. Und, ähm, ja.